An alle Vampir-Schwestern-Fans da draußen, frohe Weihnachten geht ins Kino, es lohnt sich. Liebe Fantastic Movies Zuschauer, ich wünsche euch ein ganz frohes Weihnachtsfest und ein fantastisches neues 2017. Also frohe Weihnachten an die Fantastic Movies Zuschauer und wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurer Energie, denkt doch an die Menschen, die im Standing Rock gerade für das Land kämpfen und für das Wasser und an all die Menschen auf der Welt, die leider in Kriegen leiden und schickt auch ein paar positive Energien und Wärme dorthin und wenn es geht, vielleicht auch Hilfsmittel. Für die Fantastic Movies Zuschauer ein Fantastic Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Fantastic Movies. Frohe Weihnachten.